Herzlich Willkommen zu einem neuen Q&A. Ich habe viele Fragen für euch vorbereitet. Ihr habt mir in den Beitrag auch viele Fragen reingeschrieben. Daher wird es ein ziemlich langes Video. Lasst uns gleich mit der ersten Frage starten. Hast du einen Tipp, wie feine lange Haare nach dem Waschen länger fluffig bleiben, dick aussehen und nicht so schnell wieder platt anliegen? Da kann man beim Haare schneiden schon ein bisschen darauf eingehen, dass man die Haare des Deckels so schneidet, dass man ein bisschen Unterbau hat, dass es nicht gleich wieder nach unten klatscht. Ansonsten Kopf überfüllen und wenn ihr die Haare Luft trocknen lasst, sie ein bisschen separieren beim Trocknen. Dass ihr quasi so Clips rein macht, die ihr dann oben die Haare ein bisschen mit anhebt. Wichtig ist so ein bisschen, dass man die Haare am Ansatz, dass man die so ein bisschen hinbekommt, dass sie nicht wieder glatt runter liegen, sondern so ein bisschen Stand nach oben haben. Das kann ich euch dazu raten, damit eure feinen Haare, auch wenn sie lang sind, nicht so schnell wieder runterfallen. Ansonsten noch Lockenwickler, alles was ein bisschen Stand am Ansatz bringt. Entweder Kopf überfüllen, wenn ihr sie föhnt oder Kopf überstylen oder sowas oder wenn ihr sie Luft trocknen lasst, mit so ein paar Clips sie so ein bisschen anheben, dass da ein bisschen mehr Stand und Volumen am Ansatz ist. Hast du eine Meinung zum neuen Dyson Supersonic? Der soll ja für den professionellen Gebrauch gedacht sein. Ja, also Dyson bringt wieder einen neuen Föhn raus. Der heißt auch wieder Supersonic, wird aber ganz anders aussehen und ist nur für den professionellen Gebrauch geplant erstmal. Ich weiß noch nicht, wann er in Deutschland erscheint. Werde ihn wahrscheinlich dann hier auch mal testen, wenn ich ihn in die Hände bekomme. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja wie so ein Griff oder sowas, so ein uralter Türgriff von so 60er Jahre Autos, war so erster mein Gedanke. Der soll besonders leicht sein und mit speziellen Einstellungen und speziellen Aufsätzen, damit man halt jemand anderes, damit die Haare föhnen kann. Also nicht unbedingt ein Endverbraucherprodukt, sondern eher was für Professionals. Also mein Problem, ich arbeite in meinem Salon nicht mit Dyson Föhn, weil mir die Form nicht gefällt, weil ich in der Form irgendwie was brauche, wo ich die Haare so rüberlegen kann. Das hat dieser neue Supersonic auch nicht. Daher weiß ich nicht, ob es sich für mich lohnt, weil es gibt mittlerweile auch andere Marken, die auch sehr gute Föhne mit Ion-Technologien machen und ich arbeite ja bei mir im Laden auch mit dem Dyson Air Web und mit dem Dyson Air Straight für spezielle Styles. Daher benutze ich in einem herkömmlichen normalen Föhn gar nicht mehr so häufig. Welche Drogerie Haarpflegeprodukte sind mit dem OlaPlex 3 kompatibel? Gerne Beispiele. Nun, das ist ganz einfach. Im Prinzip alle Haarpflegeserien, die auch für gefärbte Haare sind, die keinen Keratin enthalten, könnt ihr problemlos mit OlaPlex Nr. 3 kombinieren oder auch andere Drogerie pflegen, die jetzt keinen Keratin oder sowas enthalten. Die speziellen Plex Produkte von Balea und von DM, die ich auch mal reviewt habe, würde ich nicht unbedingt mit OlaPlex kombinieren, da die ja oftmals auch Keratin dabei haben und Wirkstoffe, die auch ansonsten mit OlaPlex nicht so kompatibel sind. Die Shampoos schon. Also ihr könnt zum Beispiel die Shampoos auch von Plex Care mit OlaPlex 3 kombinieren oder von Isanaplex. Das ist meiner Meinung nach kein Problem. Aber im Prinzip müsst ihr nur darauf achten, dass die Pflegeprodukte kein Keratin enthalten und schon könnt ihr sie mit OlaPlex kombinieren. Welche Art der Haarverdichtung empfiehlst du bei feinem Haar? Gar keine. Also das Problem ist, dass feine Haare sind ja leider auch sehr anfällig. Jetzt Haarverdichtung ist jetzt nichts, was stark schädigend ist, aber ich habe halt auch schon Kunden, die haben Haarverdichtung gemacht mit feinem Haar und es ist ja trotzdem ein Fremdkörper, der dabei ist. Entweder sie haben sich damit nicht wohl gefühlt oder einfach die Haare sind dann noch mehr gebrochen, noch mehr gesplisst und wenn sie dann mal die Haarverdichtung oder so wieder draußen hatten eine Zeit lang, dann waren sie ganz enttäuscht. Also die Nebenwirkungen überwiegen einfach den Benefit, den man davon hat. Daher empfehle ich keine Haarverdichtung pauschal bei feinen Haaren, sondern lieber die richtige Pflege, die richtige Frisur für feine Haare, so damit man halt das zu schätzen weiß, was man hat. Denn auch feine Haare und glatte Haare sind nicht unbedingt ein großer Nachteil, wie ich finde. Welche Haarfarben zum Selbstfärben kannst du empfehlen? Ich kenne mich gar nicht so gut selbstfärben aus, da ich ja keine Drogeriefarben zum Selbstfärben benutze und ich auch selber keine gefärbten Haare habe. Aber ich würde immer auf die großen Namen setzen bei Haarfarben, weil da eben auch ein System dahinter steckt. Wenn ihr beispielsweise eure Haare mit Drogeriefarben selber färben möchtet, würde ich euch immer raten zu Farben von L'Oreal oder zu Farben von Schwarzkopf zu tendieren. Weil wenn irgendwas dann mal nicht so schön sein sollte und ihr wollt es reparieren, dann kann ein Friseur, der auch mit L'Oreal oder Schwarzkopf arbeitet oder ähnlichen Produkten, weiß so ein bisschen, wo man ansetzen muss. Bei diesen Sachen von Garnier, so Olea und was es alles so gibt. Ja, da sind ziemlich viele Stoffe drin und ziemlich viele, habe ich da schon gehört, dass die Farbe abgerutscht ist und so. Das würde ich euch hier nicht empfehlen. Wenn ihr noch nie zu Hause selber gefärbt habt, den wollt ihr es mal probieren und es ist auch nicht so schlimm, wenn es keine lange Wirkung ist, würde ich immer noch zu Pflanzenhaarfarben von Cardio oder von Santé tendieren. Da kann man wenig mit falsch machen. Dann sind ein paar Frisuren am Übungskopf zeigen. Ich habe schulterlanges Haar leicht durchgestuft, zum Beispiel. Nein, kann ich nicht. Würde auch ja nichts bringen, denn ihr könnt es euch selber so nicht schneiden, wie ich es zeigen würde und ich finde das nicht, also es ist nicht meine Art, dem Friseur, der euch das dann schneidet, irgendwie was vorzumachen. Wenn ihr solch einen Schnitt haben möchtet, dann sucht einen Friseur, den ihr vertraut und sagt ihm, was ihr haben möchtet. Ich möchte niemand, möchte keinen anderen Friseuren in die Arbeit hineinreden. Darum gibt es von mir wenig Schnitt- und Frisurenempfehlung. Es wird aber demnächst ein paar Tutorials auf dem Kanal geben, zum Thema selber mit Pflanzenhaarfarbe färben und zum Thema Splissschnitt selber machen. Die Alverde Haarbutter, die du empfohlen hast, gibt es nicht mehr. Kannst du etwas ähnliches empfehlen? Oh ja, ich habe es auch gesehen. Sie haben es tatsächlich getan. DM hat die Alverde Avocado Haarbutter, Schierbutter, viele Namen über die Jahre hinweg herausgekommen. Ich empfehle das Produkt jetzt seit, ja doch bevor ich Friseurmeister war und meinen eigenen Laden hatte, empfehle ich schon die Alverde Haarbutter und jetzt ist sie einfach weg. Ich hoffe, sie kommt in einen coolen Lounge irgendwann Mitte des Jahres wieder. Gute Ersatzprodukte, auch von DM. Es gibt ja nun von Balea diese Natural Beauty Serie. Da gibt es auch Haarkuren und auch eine Haarbutter für lockige Haare. Je nachdem, was ihr für eine Haarstruktur habt, schaut doch mal da nach. Weil diese Produkte sind der Haarbutter, wie ich finde, von Alverde relativ ähnlich, aber sie sind nicht eins zu eins das Gleiche. Also daher, wenn ja ein Ersatzprodukt ist, einen hundertprozentigen Ersatz davon gibt es nicht. Aber diese Balea Natural Beauty Serie, diese einzelnen Haarkuren, die ist für verschiedene, für lockige Haare, für feine Haare und dann auch noch die mit Banane. Ich weiß nicht, wofür die ist. Aber diese sind Alverde Haarbutter am nächsten. Ist Keratin oder Olaplex besser? Es kommt ganz darauf an, wie deine Haare geschädigt sind. Ich habe ja schon erklärt, Keratin setzt man eher von außen noch der Haarsubstanz so ein bisschen dazu, um die Struktur zu glätten. Während Olaplex einen besonderen Wirkstoff hat, der die zerstörten Haarbrücken wieder aufbaut und das Haar so von innen wieder aufbaut. Wenn deine Haare dunkel gefärbt sind, also du bist von Natur aus mittelblond, so wie ich, und hast sie dunkelbraun gefärbt, oder du hast weiße Haare und färbst sie dunkelbraun, dann sind sie nicht so stark geschädigt. Dann reicht Keratin, wenn du nun dunkle Haare hast und du hast sie sehr stark hell gefärbt, oder du hast helle Haare und du hast sie weißblond gefärbt und so, dann sind deine Haare sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt geht mir hier das Licht aus, ich glaube es ja wohl. Licht ausgegangen, wir machen trotzdem weiter. Dann sind deine Haare ja sehr in Mitleidenschaft gezogen und dann würde ich eher zu Olaplex raten. Also je nachdem, ob deine Haare bei heller gefärbten Haaren eher Olaplex, bei dunkler gefärbten Haaren eher Keratinpflege oder je nachdem, wie stark geschädigt deine Haare sind. Stark geschädigten eher Olaplex. Hey, ich verwende momentan die Serie von Redken Acid Bonding. Weißt du, ob man bei der Verwendung zusätzlich auch Olaplex 3 nehmen kann? Vielen lieben Dank für deine tollen Videos. Erstmal Dankeschön an dieser Stelle. Und eigentlich spricht nichts dagegen, außer dass es ein Konkurrenzprodukt ist. Aber du kannst auch die Redken Acid Bonding Serie zusätzlich mit Olaplex verwenden. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also ja und danke für das Kompliment. Was hältst du von der neuen Haarpflege von Herbal Essences aus der Drogerie? Ja, gute Frage. Herbal Essences war mal eine riesengroße Marke von Procter & Gamble, die es auch in Deutschland gab. Die dann aber wegen schlechter Inhaltsstoffe und falsch schlechter Werbung und Sachen, die nicht kreiert wurden, vom Markt genommen wurden. Die aktuellen Produkte habe ich noch nicht getestet. Aber Herbal Essences würde ich nicht in die Schiene Naturkosmetik packen, sondern eher Lifestyle-Marke. Auch wenn es vom Look her sehr natürlich wirkt. Weiß ich nicht, ob die jetzt so toll aufgrund der Geschichte mit Herbal Essences ist und was für ein Unternehmen dahinter steht. Das ist jetzt nichts unbedingt, wo ich sage, juhu, endlich wieder in Deutschland verfügbar. Meiner Meinung nach. Was kann ich verwenden bei lockigen, dicken Haaren, damit sie nicht aufgebauscht sind bei feuchtem Wetter draußen, sondern eher definiert? Da gibt es ein tolles Produkt und zwar den Color Wow Dreamcoat. Den habe ich euch schon mal in einem anderen Video über Selling-Produkten vorgestellt. Den gibt es für glatte Haare und für lockige Haare. Und der macht genau das. Das ist quasi so eine Versiegelung der Locken, damit sie schön definiert sind. Und das ist auf Wasser beständig. Nachteil ist, nicht Curly Girl Safe mit Silikon und Polymeren und sehr viel Chemie. Das ist ein Spray, was man ins Haar sprüht vor dem Föhn. Aber das hilft zum Beispiel, dass auch die Definition des Selling der Locken auch mal feuchte Passagen, also wenn es richtig regnet nicht, aber wenn es so nieselt wie jetzt die letzten Tage oder ein bisschen feucht wird oder sowas, dann sehen die Locken trotzdem noch definiert aus. Braucht man zusätzliche Pflege, obwohl die Haare auch mit Shampoo schon schön weich und kämbar sind? Erstmal würde ich gerne wissen, welches Shampoo du benutzt. Und nein, brauchst du natürlich nicht. Wenn du mit dem Zustand deiner Haare nur durch das Shampoo zufrieden bist, brauchst du nichts weiter. Du bist der Experte für deine Haare. Ich bin der Experte für alle Haare. Aber da wir uns nicht persönlich kennen, sondern ich mir in die Kamera schaue und du vorm Laptop oder sonst was sitzt und mir zuschaust, kann man das nicht so genau sagen. Wenn ich deine Haare sehen würde, könnte ich dir genau sagen, was da noch fehlt. Aber wenn du mit deinem Haar-Routine so zufrieden bist, dann mach es genauso weiter. Kein Problem. Dann brauchst du keine Pflege. Ist es schlimm, wenn man die Haare gar nicht schneiden lässt? Ja, na klar. Haare wachsen ja aus der Kopfhote raus und liegt unten an der Spitze entlang. Daher sind die Spitzen unten immer ein bisschen mit Leidenschaft gezogen durch die äußeren Umstände und anderes. Und das muss regelmäßig abgeschnitten werden, damit die Haare weiterhin schön sind. Wenn du es dicht machst, werden deine Haare trotz allen Pflegesachen und sonstiges dauerhaft nicht toll aussehen. Und ein Haarschnitt bringt ja auch noch Lebendigkeit und lässt es auch den Typ unterstreichen. Einfach nur glatte, lange runterhängende Haare sind ja auch nicht so schön. Und die Leute, die das haben, tragen ja oftmals auch einen Zopf daher. Würde ich immer empfehlen, die Haare regelmäßig schneiden zu lassen. Ich finde deine Videos total toll und ehrlich authentisch. Mich würde interessieren, ob ich welliges Haar wie lockiges Haar zu behandeln habe oder ob muss ich noch etwas beachten. Einige Haare sind dick wie Pferdehaare, andere so fein, dass ich sie kaum sehe. Ich werde noch verrückt. Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, wenn du wellige Haare hast, hast du ja die Wahl. Willst du eher lockige Haare oder willst du die Wellen unterstreichen? Oder willst du sie doch eher glatt haben? Wenn du, wie letztes, und ich glaube, darauf zieht die Frage ab, eher die Wellen unterstreichen möchtest und hin zu Locken tendieren möchtest, dann würde ich sie eher wie lockige Haare behandeln, wenn du mit den Wellen zufrieden bist. Weil alles andere ist ja eine Routine für Haare, die glatt aussehen, schön wie in der Werbung. Also ja, behandle dann deine welligen Haare eher wie lockige Haare. Und es kann durchaus sein, dass man auch, gerade auch bei Wellen kann, dass man kräftige Haare hat und in der Kontur zum Beispiel feine Haare. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Nicht unbedingt optimal, aber so ist es leider in der Verteilung. Leider fettet meine Kopfhaut am Hinterkopf sehr stark und ich müsste mir deswegen jeden Tag die Haare waschen. Ich habe bislang noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Ich möchte nicht übergangsweise Trockenshampoo nehmen, da es meinen Haaren nicht unbedingt gut tut. Gibt es andere Alternativen? Lieben Dank. Nun, wir haben am Hinterkopf die meisten Haare und die meiste Haarmasse. Dadurch kann es mal schnell mal sein, dass die Haare da schneller nachfetten. Bei langen Haaren habe ich aber die Beobachtung gemacht, dass sie beim Waschen nicht richtig ausgespült werden. Dass mir, wenn du zum Beispiel den Kopf nach hinten wascht, dass dann das Wasser rüber tritt oder nach vorne wascht, dass dann das Wasser rüber geleitet wird. Daher würde ich euch immer noch empfehlen, nach dem Haare waschen, wenn alles Shampoo raus ist, nochmal in die entgegensetzte Richtung einmal ordentlich dann nach dem Haare waschen die Haare durchzuspülen. Als nächstes ist es auch noch sehr sinnvoll, die Haare vor dem Waschen durchzubürsten. Mit dem Haarbürstenheck, den ich euch schon gezeigt habe, mit einer Naturborstenbürste, in alle Richtungen langsam ordentlich durchkämmen, dann werden Fett- und Teiganlagerungen schon mal abgelöst, verteilt und das Haar lässt sich leichter reinigen. Oder wenn ihr merkt, am nächsten Tag die Haare sind schon wieder an den einzelnen Stellen ein bisschen fettig, auch nochmal morgens mit einer Naturborstenbürste rüber gehen vor dem Styling und dann dürfte das Problem auch weg sein. Oder Haare öfter erstmal offen tragen, weil so fettige Stellen am Hinterkopf kommen halt auch oft davon, dass man die Haare häufig zusammen zum Zopf trägt. Tragt. Trägt. Eins von beiden, ja. So, ich hoffe, eure Frage war auch mit dabei. Das war es schon mit dem Q&A. Gebt mir gerne ein Like. Ich hoffe, es hat euch gefallen und eure Fragen wurden beantwortet. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank. Ciao.